Verschnaufpause oder Grund zur Sorge? Der DAX nicht wirklich bei den ganz Starken im Moment unterwegs. Wobei, warum sollen wir maulen? Das, was wir bis jetzt gesehen haben, hier Schub hoch. Im Moment ist das hier ein Päuschen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also ein bisschen Flaggen- oder Wimpelformation. Das Ganze, was wir jetzt hier sehen, durchaus mit Chancen, dass das Ganze weiter nach oben geht. Denn auch diese übergeordnete Abwärtsbewegung, wir können das erahnen, hier diese Gegenbewegungen immer, die sind alle überlappend. Und das ist eigentlich nicht das Zeichen für Stärke. In dem Fall für Stärke nach unten. Also wir haben durchaus eine realistische Chance, dass diese Abwärtsbewegung, die wir hier im Großen sehen, das ist ein 15-Minuten-Chart, jetzt hier nur so zur Orientierung, dass diese Abwärtsbewegung eben nicht für lange Dauer ist. Die Chancen sind zumindest mal da. Ob das wirklich so ausgeht, das werden wir noch sehen müssen. Aber ein bisschen Hoffnungsschimmer sind ja die durchaus steilen Flanken hier nach oben. Auch hier hatten wir das, auch hier hatten wir das. Da gab es aber noch nirgends eine echte Ambition zu kaufen. Warum? Weil auch die Gegenseite scharf war. Zwar zügig hoch, aber auch die Gegenseite war scharf. Zügig hoch, aber auch die Gegenseite. So, und das könnte jetzt anders werden. Die Seite ist scharf. Und das hier hat so ein bisschen ein korrektives Aussehen. Es könnte eine Bullenflagge werden. Dazu muss man vielleicht nochmal gucken. Dies ist tief. Vielleicht kann man das nachher nochmal einzeichnen. Je nachdem. Ich kann es jetzt mal parallel versuchen, ob mir das so gelingt. Im vorauseilenden Gehorsam. Also das ist die Oberseite. Das wäre jetzt die Unterseite. Und das wäre durchaus realistisch, dass der Kurs das da nochmal ansteuert. Ich kann das auch nochmal ergänzen mit sowas wie Fibonaccis. Das heißt, hier auf dem Tiefpunkt, hier auf den Hochpunkt dann gerechnet, also 50 bis 61,8. Das sind ja so die beliebten Rücksetzer-Niveaus. Das Erreichen dieser Zone ist noch nicht zwangsweise ein Beweis dafür, dass der Kurs als nächstes nach oben geht, sondern zeigt erstmal nur diese Flagge. Und das ist spannend. Vielleicht können wir das jetzt live sogar miterleben. Fällt der Markt nämlich an dieser Stelle durch, zack, da ist die gute Stimmung sofort wieder weg. Und wir wissen, vorläufig ist es nicht die Long-Seite. Vielleicht sogar nochmal kurz die Shorties, die wir da bemühen müssen. Allerdings, wenn er von diesem Punkt hier tatsächlich eine Wende nach oben macht, dann wären Ausbrüche aus dem Trendkanal über letzte Zwischenhochs oder vielleicht auf kleinerer Ebene, wer hier auch den 5-Minuten-Chart mal bemühen möchte, eine Idee, um für die Long-Seite einzusteigen. Also eigentlich perfektes Szenario, nicht erschrecken über die Abwärtsseite. Das Teilstück ist natürlich sehr, sehr steil, aber insgesamt die Abwärtsbewegung noch, solange sie in diesem Kanal verbleibt, auf jeden Fall korrektiv. Es ist insofern auch ganz praktisch, dass wir das jetzt vielleicht sogar hier mal live, na gut, es ist eine Aufzeichnung, aber dass wir das hier mal quasi im Mitschnitt miterleben. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar eine ganz tolle Idee, aber ob der Kurs hier durchfällt, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Und das ist das typische Geschäft eines Händlers. Deshalb müssen Händler und sollten sie auch, wenn sie selber aktiv sein wollen, an den Märkten nicht darauf verfangen, ja, jetzt muss das aber passieren. Nein, ich habe keinen Plan, was als nächstes passiert. Aber der Markt wird es mir zeigen. Und wenn er jetzt Zwischenhochs hier wieder rausnimmt, dann gilt die Regel scharfe Bewegung, schwache Bewegung, Fortsetzung der scharfen Bewegung. Und wir haben durchaus Platz nach oben, mindestens mal sowas mit Chance, dass wir diese gesamte Bewegung sogar wieder konterkarieren. Also aus meiner Sicht eine wunderbare Möglichkeit, hier in den Markt zu kommen. Macht der Markt das nicht, plumpst er hier durch, geht hier vielleicht noch durch die nächsten Linien. Oder die 78,6er, die habe ich ja mal besonders im Plan. Denn wenn er die unterste hier der Fibomarken nach unten durchstößt, ist das ein klassisches Zeichen, dass spätestens jetzt alle Bullen das Boot verlassen haben. Und die Abwärtsseite weiter gilt und wir dann auch noch damit rechnen müssen, dass wir hier durchgehen und wir dann, solange wir oder sobald wir wieder korrektiv irgendwann eine Gegenbewegung haben, wir dann die Short-Seite doch noch mal reiten können. Also wir sehen, als Händler ist man immer hin und her gerissen zwischen den Richtungen. Das Schöne ist, wir lassen uns einfach vorzeigen oder vorspielen, was der Markt will. Und dann sagen wir, gut, dann bitteschön, springen wir entsprechend auf. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen eine Idee vermittelt hat, auf die Märkte zu gucken. Vielleicht hier beim DAX, beim DE30 in CFD-Form oder bei irgendjemandem, bei irgendjemandem ist gut, bei irgendeinem anderen Kontrakt, bei irgendeinem anderen Markt. Nicht, dass Sie jetzt beim Nachbarn klingeln und sagen, ich soll mal bei Ihnen. Nein, aber Sie können natürlich gucken, ob es solche Szenarien auch an anderen Märkten gibt. Sie können damit rechnen, dass Sie dort ähnliche Erwartungen erfüllt bekommen. Darum hoffen wir es zumindest mal in der Masse, im Einzelnen vielleicht nicht immer. In diesem Sinne für heute alles Gute, toi toi toi, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.